In unruhigen Zeiten muss Deutschland ein Anker der Stabilität sein. Dafür trägt die Bundesregierung Verantwortung. Deshalb setzen wir mit unserem jetzt beschlossenen Haushaltsentwurf klare Prioritäten. Im Mittelpunkt steht Sicherheit. Denn ohne Sicherheit ist heute alles andere nichts. Und gleichzeitig hat Sicherheit Voraussetzungen. Zusammenhalt schafft Sicherheit, Wachstum schafft Sicherheit. Deshalb spielen wir diese Ziele nicht gegeneinander aus. Wir verfolgen sie gemeinsam. Dazu gehört, dass wir unseren Frieden sichern. Deshalb investieren wir in den nächsten Jahren über 2% der Wirtschaftsleistung in unsere Verteidigung. Gleichzeitig stärken wir die Sicherheit hier bei uns im Land. Fast eine Milliarde Euro mehr für die Ausstattung unserer Polizei und anderer Sicherheitsbehörden. Mehr Geld für Katastrophenschutz und Cybersicherheit. Und wir sichern unseren Zusammenhalt. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Wir entlasten Familien. Wir zahlen mehr Kindergeld und Kinderzuschlag. Wir sichern das Rentenniveau. Wir finanzieren mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir verbessern die Bildungschancen für Schülerinnen und Schüler mit schwierigen Startbedingungen. Und wir investieren weiter in gute Kinderbetreuung. Unsere Wirtschaftskraft steigern wir mit einer Wachstumsinitiative, damit der Kuchen größer wird. Und zwar für alle. Unternehmen wollen investieren und nicht meterweise Anträge ausfüllen. Dafür lichten wir den Bürokratiedschungel und machen mehr Tempo in der Verwaltung. Gleichzeitig verbessern wir Abschreibungsmöglichkeiten, unterstützen innovative Forschung und sorgen für verlässliche Stromkosten. Wir investieren auf Rekordniveau. Und zwar besonders dort, wo unser Land viel zu lange auf Verschleiß gefahren wurde, bei Schienen, bei Straßen und Brücken, im Nahverkehr. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt mehr Netto vom Brutto. Mit dem Abbau der sogenannten kalten Progression und anderen Maßnahmen entlasten wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler allein 2025 und 2026 um 23 Milliarden Euro. Und wir machen Arbeit finanziell attraktiver. So können Arbeitgeber Mehrarbeitszuschläge zahlen, ohne dass der Staat einen Teil davon einbehält. Und wer seine Rente freiwillig aufschiebt, wer seine Erfahrungen im Betrieb weiter einbringen will, der kann seine Rentenbeiträge direkt ausbezahlt bekommen. Gleichzeitig fordern wir deutlich ein. Wer mit anpacken kann, soll auch mit anpacken. Deshalb setzen wir beim Bürgergeld klare Anreize für die Arbeitsaufnahme. Missbrauch und Schwarzarbeit bekämpfen wir entschieden. Sicherheit, Zusammenhalt und Wachstum, das bedingt sich gegenseitig. Das gehört zusammen. So stärken wir Deutschland.